Willkommen zurück bei Skyrim Joachim stehe hier immer noch bei der Schmiede und ich weiß irgendwie ich hatte es doch schon mal gemacht schon mal Verzauberung wie ging das denn Rüstung ja aber hier ich habe hier einige gute Stücke wenn ihr etwas sucht dann gibt es noch mehr da war das hier ne heißt es wir können eine Silberkette schmieden aber ich verstehe es gerade einfach mal wieder nicht hallo hallo naja tja boah ich bin verdammt ich habe das doch schon irgendwo gemacht ich weiß nicht mehr wo dann machen wir erstmal was anderes ach ja nein das machen wir nicht habe ich hier jetzt auf der Karte überall wo die sind no das wäre auch zu einfach ja habe ich hier auf der Karte wo ich hin muss was auch nicht doch da oben ach ja da waren wir ja schon wenn das jetzt das ist was ich glaube was es ist nein 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 aha Elfenschild den er war mit wo ich nur den Eingang finden und der ist hier oben wo die holt so die wollen hier auf jeden Fall sind wir schon mal vorbeigelaufen das hätten wir sie noch nicht entdeckt Buch hier liegt es mal einer hier sitzt einer naja naja ok huch huch naja geh ich mal da her wo ich her soll also kann ich überhaupt durch ja ihr könnt euch alle wieder schlafen legen und du dich auch so Idioten so das nehmen wir mit ok also ehrlich voll Knochenmehl so ähm ok hier geht es doch noch weiter hui zu einer nächsten Türe öffnen speichern auch huch ihr habt gewonnen ich ergebe mich stirb was 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 war das denn was war das denn was war das denn was ach du scheiße das kann interessant werden ach du meine Güte hier wie das Schreiben hat schon nicht funktioniert was soll das denn ist was wo ist wo ist da wie ist wo ist Yo, Alter Geh mir aus dem Weg Wat? Nein! Och ja Meine Güte Was macht die denn da schon wieder? Was macht die denn da schon wieder? Ich habe jetzt alles in Ordnung. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Halt, wagen, schmuck. Nein, 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 nein Nein! Boah, was ist denn das für ein Fritz? So! Das nehmen wir mit. Was ist das denn? Im Erzbogen? Nehme ich mal mit. Das nicht. Was ich geholt hatte. Okay. Das war eine. Der Kling. Eine sehr Waffen. Jetzt brauchen wir noch eine. Schauen, wo wir die finden. Ich gucke mal gerade, was das für ein Bogen war, den wir da gefunden haben. Der ist besser. Dann kommt der auf Favoriten und der nicht mehr. Dann benutzen wir jetzt den Bogen. Der macht nämlich dann mehr Schaden. Wo ich ja sehr selten den Bogen benutzt habe. Aber wenn... So, mal schauen, wo müssen wir jetzt. Dann gehe ich jetzt mal hier runter. Und dann... Dann... Da... Du stand doch gerade noch vor mir. Lass mich in Ruhe Nein Die nehmen wir mit, nein, das nehmen wir mit Das nehmen wir mit, wo ist Lydia Hat die es jetzt hinter sich? Oh, verdammt Nein, zu tief gefallen Ach, halt die Klappe Schickes Pferd Scheiße, ich hatte vergessen zu spei- Fuck Boah Das kann doch jetzt nicht wahr sein hier Verdammt noch Mal Verdammt Scheiße Wie mich das nervt, ey Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Ja Meine Güte, nein, ey So, die Waffe haben wir Der Zoll einfach ab Wo, Lydia, kommt der da nicht mit Aua Das gibt's doch gar nicht Dass er uns mit einem Pfeil umlegt Ich hab' gut, ich hab' doch gespeichert und nämlich die Waffe hatte Hallo? Hallo? Meine Güte Wir heilen uns einfach mal Das sollte reichen Und jetzt probieren wir noch was aus Und zwar Einen Schreibrund will ich ausprobieren um was war das hier den hier mal gucken was passiert das war doch gar nichts das ist mit jetzt das ist ja geil das ist ja geil wow wie das jetzt allerdings fast nichts bringt aber wir haben es danke wow die Axt wollte ich jetzt zwar gar nicht so erstmal speichern den Fehler mache ich nicht nochmal dann hatte ich den anderen Bogen den hier der Typ ist ja weg aber den können wir ja wir warten einfach bis wir den Schrei benutzen bis wir den Schrei benutzen können dann setzen wir den gleich einfach nochmal ein denn also der Drache wird uns hier bestimmt nicht helfen können der kommt hier nicht rein ich setze einfach mal meine Vermutung und deswegen werden wir einfach hier bis hier hingehen hier kurz warten dann werde ich den Part jetzt hier auch ein bisschen früher beenden und im nächsten Part geht es dann hier weiter also Freunde bis dann und ciao bis dann